Hallo Leute, hier ist wieder Dan SansaTube. Ich bin Dan und ich komme zu diesem neuen Video. Dieses Mal zocke ich den Fahrgeschäftssimulator Topspin. Und ja, jetzt geht's los. Okay, also muss ich immer so ein bisschen ausprobieren. Okay. Oh, ich schaffe keinen Spin. Verdammt. Schade. Schade. Jetzt, gerade habe ich ein Spin geschafft. Jetzt, gerade habe ich ein Spin. Okay. Echt schwer. Ich versuche gerade einen Spin zu machen. Gleich zwei Spins auf einmal. Nice. Jetzt habe ich eine kleine Ausbildung. Wir werden die Analyze nicht einen Film geklemmert. Ich werde die Analyze nicht verfolgen. Aber dann mache ich den Holstberg. Ich habe den nachhaltigen, die der Knie nicht verfolgen. Aber ich werde die Analyze nicht verfolgen. Die Analyze nicht verfolgen. Ich werde den R เหhora-Sort-Program. Ich werde den R! Vielen Dank. Das tue ich mal mit einer langsameren Geschwindigkeit und wieder Rückkehrs fahren. Das läuft gut. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das läuft gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.